Deutsch lernen mit Carlos Mit dem folgenden Video lernen Sie neues Vokabular durch einen Dialog in einer Bank. Frau Meier möchte als Kundin der Bank Geld abheben und unterhält sich mit dem Bankangestellten Herrn Schneider. In der Bank Guten Tag! Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte gerne Geld abheben. Gerne! Sagen Sie mir bitte Ihre Kontonummer. Ja, natürlich! Meine Kontonummer lautet 1077-435320. Vielen Dank! Einen kleinen Moment bitte. So, welchen Betrag möchten Sie von Ihrem Konto abheben? 400 Euro bitte. Mein Sohn hat am Freitag Geburtstag. In Ordnung. Dann sind hier Ihre 400 Euro. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Sohn eine schöne Feier. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank! Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Schneider. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Danke für Ihr Interesse. Subscribe to my channel, suscríbete y sigue aprendiendo. Ciao!